Die Gallia 700 Sandec ist ein Motorboot, das seinen Namen der Liegewiese auf dem Vordeck verdankt. Das Anfang 2011 vorgestellte Sportboot mit Außenbordmotor ist ein wirklicher Allrounder. Angetrieben von einem knapp 300 DS Yamaha Motor gleitet die knapp 7 Meter lange Yacht ordentlich über die Wellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017